Lass mich raten. Ja, ist so wie das hier rüber. 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 Ja. Ja, ist so wie das hier rüber. Ja, ist so wie das hier. Ja. Ja. Ja, ist so wie das hier rüber. Das war nur drei Tage. Ja, ist so. 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 Okay. Ja. Ja, ist so. Ja. hau wau wau kannst du mal ein freutlein ruhr lassen bitte mir traue ich sofern ich hier über die setze einstellungen naja aber akutente du bist bist du wirklich her über die setze einstellungen das darfst du nie vergessen du bist du bist nur her über die einstellungen die der hersteller die geben ja o mei dati no korからなんかを親父っぽい服着てたよな so do tamo ni好きな服選べるって時も良いによってそれ買って服ばっか手にとってた g3っていうのとも違う よくわからん柄の入ったシャツとか4 さあな忘れたよでもよくそんなこと覚えてるな 今だから言うけどよ 俺はおめえみたいな福だけは選ばないよ ついだろここだ 本当にこんなところにあるんだ そんじゃ入ろうぜ 気に入ったのが すべてか すべて… すべてか 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 させる傾向だと… すべてか すべてか おうむくに… 私たちの悟OSSでか だけでどもやすべてか だろう… 私たちの悟い… コーデ… Kurz mal Realtalk als Security Consultant, meiner Wenigkeit. Open Source, gerade damit verhinderst du, dass jemand was im Code hinterlegt, weil die gesamte Community deinen Programmcode lesen kann. Genau das verhinderst du damit. Deswegen ist es viel, viel schlimmer, wenn du Closed Source hast wie Microsoft, weil da weißt du wirklich nicht, was hinterlegt ist. Oh, das ist ein Sieg. Das ist der Druck. Oh, das ist Ihr Torque und das. Das ist ein Klaun. Das ist tatsächlich ein Problem, dass manche Leute einen Anzug haben, der ihn einfach nicht passt. Okay, also ich darf mir keinen aussuchen. Ich verstehe. What? Yo, der schreit nicht Yakuza. Wenn der nicht Yakuza schreit, was schreit der dann? Oh Vater. Ja, ich glaube, ich dachte, dass ich mich gar nicht sehen kann, wie ich mich nicht sehen kann. Holy moly. Bei M365 bin ich zumindest sicher, dass sie sich freiwillig der DSG VGO unterwerfen. Äh, freiwillig nicht, Akutenji. Microsoft ist ein Unternehmen, was mit Daten von Europäern arbeitet. Also mit EU-Mitgliedern. Das heißt, sie müssen sich der DSG VGO unterwerfen. Das hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Linux wird für mich immer attraktiver, gar nicht technisch. Ist das jetzt auch dank Steam Deck tausendmal besser als vorher? Es gibt wohl keine Performance-Unterschiede mehr, nur Sachen wie Anti-Cheat-Nerven. Ja, Linux, am Ende kannst du immer eine Linux-Disco nutzen, die sich sehr Windows-like anfühlt. Dann hast du ja eh keinen Unterschied. Das ist überhaupt nicht Businessman. Das schickt mir ein Anzug. Ach so, der wollte einfach wegrennen. Oder er hat das einfach von Anfang an geplant, dass er den Ufer... Positiv sehen. Ich bin mal einer Meinung mit Erythos. Ein Wunder. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Mit einem Kettenmuster drauf. Holy moly. So, Civ ist nun vorbei. Linux habe ich keine Ahnung. Habe es mir mehrere Mal angeschaut. Und ob da Reglementierungen im Hintergrund sind, kann ich nicht sagen. Müsste ich nachforschen. Gerne lasse ich mich eines anderen belehren. Und klar, Server-Technik bin ich Linux ebenfalls sicherer. Mein Anzug ist neu. Was soll ich denn da? 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 lawslag. Okay, komm, komm weg. Smach! Hä? Komm her. So, muss das. Ich wollte eigentlich in den blöden Park hier gehen. Einmal mit dem Traum reden. Pop, Utsumagi, Zero. Du hast nichts für mich. Wie habe ich? 15. Ich warte immer noch darauf, dass ich hier Quick Collection und sowas machen kann. Boah, liking to take a nap in the park, was auch immer mir das bringt, Marc. Sorry, ich muss mich durch POE-Quellen und mir denken, warum spiele ich das überhaupt? Ach, seine Spawn-Rate ist geringer. Was ist denn so schlimm mit POE? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, wessen Mission ist das? Aber eigentlich, nee, wir machen Hauptmission. Ich, ich, ich möchte mein eigenes Business haben. Ich will mein eigenes Business. Dauert wahrscheinlich noch drei Stunden, bis das passiert. Gucken, was der zu unseren Klamotten sagt. Oh, ich bin hier. ich weiß nicht aber es sieht einfach aus wie ein Mensch. Was ist das? Du bist so? Du bist immer wieder dabei. Hm. Das ist besser. Okay. Wir beginnen. Erstens. Du bist jetzt in dieser Firma. Wir sind mit einem Gäste und einem guten Mann. Aber er ist ein Mann, der sich nicht so gut an den ganzen Zeitpunkt zu wissen. Wir haben die Leute auch einen Schwer-Tatsch-Kirche. Eine Schwer-Tatsch-Kirche? Was? Ich weiß nicht, dass ich Schwer-Tatsch-Kirche weiß. Aber es ist egal. Schwer-Tatsch-Kirche ist... Wir haben die Leute die Schwer-Tatsch-Kirche und die Schwer-Tatsch-Kirche. Was ist das? Was ist das? Ich verstehe. Oh, Vulnerable Residence. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin gespannt. Ich will nicht machen. Ein Tabel in der Front? Nein. Ein Tabel in der Back. Hallo? Ich kann nicht mehr. Ein Tabel in der Back. Aber das ist ein Spieltisch. Also ich würde ja sagen, ein Tabel in der Back, aber das ist ein Spieltisch. Das ist doof. Okay. In diesem Ort wäre es kein Problem. Ich würde sagen, dass ich es um die Arbeit zu machen. Take the farthest nearest. Ähm. Okay, ich kann jetzt, ich kann jetzt gerade nicht definieren, was er meint, aber der Kunde sollte normalerweise an der Tür sitzen. Deswegen sage ich jetzt mal farthest. Dass wir ihn auch sehen, wenn er reinkommt. Hey. Hey. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an der Tür sitzen würde. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an der Tür sitzen würde. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an der Tür sitzen würde. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an der Tür sitzen würde. Ich würde nicht sagen, dass ich mich an der Tür sitzen würde. Deine Mama ist der Kopf vom Tisch. Oh, Mann. Komm her. Ich würde mich an der Tür zu stellen. Ah. Ich verstehe. Das ist mit deinem Tag. Wer hat das? Nein. Ich würde mich an der Tür zu stellen. Dann würde ich mich noch sagen. Ich würde mich an der Tür abschauen. Ich würde mich an der Tür zu stellen. Ich würde mich an der Tür zu stellen. Sorry. Ich hab vergessen, dass er dein Dritter Top-Song war. Ich hab ihn gefeiert. Oh, komm. Das ist der Herr Schleisch. Wie geht's? Ich bin das scheiß, Oda-san. Es ist einfach zu vieles, was ich habe. Was ist das? Ich bin der neue Kier. Ich wollte mich gerade ein bisschen entspannt zurücklehnen. Das ist ein Grund, dass die Begriffe ist. Wenn man sich die Begriffe anschauen, wird man sich die Begriffe nicht vergessen. Aber es ist ein Schmerz, dass die Begriffe nicht verletz. Das ist das erste Mal. Ich werde das Mal sehen. Glück gehabt. So, ganz kurz. Der Mann sitzt nicht auf dem Stuhl, auf dem ich mich hätte hingesetzt. Also, was soll das jetzt? Kann er nicht homeless sein, er wohnt auch in deiner Wohnung. Oh, okay. Ich bin noch nicht. Ich hoffe, dass ich die Belegung für die Aufmerksamkeit für die Tatjana, und ich hoffe, dass ich mich nicht so gut für die Tatjana. Ich bin auch ein Kind, aber ich bin sehr gefährlich. Ich bin auch ein guter Mann, und ich bin also ein bisschen sehr. Ich bin natürlich. Manchmal ist es, der Name der Tatjana, wie viel für die Tatjana zu tun ist? Ich bin schon schnell, aber ich bin sehr gut. Ah, Kiryu. Ja? Ja, das stimmt. Ich kann es nur noch einen Schwerpunkt geben. Das ist gut. Ich kann es auch noch einen Schwerpunkt geben. Danke. Das ist sehr gut. Ich bin mir gesagt, dass ich die Schwerpunkt von Tachibana ausfüllen. Ja, ich weiß nicht, was ich. Aber ich habe immer noch eine Arbeit. Das ist wirklich? Ja, das ist auch ein Tachbana-Bilder. Das ist alles gut. Wie ist das Problem? Das ist der Tachbana-Bild. Entschuldigung. Ich habe es gesagt, warum ich mir nicht so Democrieren kann, was ich? Ich bin mit ihm. Oh, Kiryu! Oh! Oh. Okay. Oh. Oh. Okay. Okay, dann. Okay, dann. Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt. Faktionary gift. Wenn ich nicht mehr, dann können wir auch ein bisschen mehr Geld machen. Das ist auch ein Business-Manager. Also, das ist... Entschuldigung. Wenn ich Kassi-Ori hatte, dann kommen Sie vor der Bühne. Ich bin noch kurz zu warten. Dann gehen wir später. Lüßigkeit? I can't say the name ring and he bells though. So, bin immer weg, wieder folgt mit dem Immobilien Empire aufbauen. Äh, da ich jetzt eh Schluss mache, ist das für den nächsten Tag angesetzt. Ich suche eigentlich nur noch den Spot da zum Speichern. Da ich heute halt noch was gleich morgen einiges vorhab, oder heute eigentlich. Nein, ich will speichern, lass mich in Ruhe. Scheiße, ich wollte mal speichern. Ich wollte nur speichern. Was für ein Messer in der Hand? Mit dem Messer angreifen? Hä? So einer bist du. Ähm, Mensch. Äh, ja und nicht ganz ja. Ich, ich schreib dir gleich noch. Ich schreib dir gleich noch, Axel. Ich werde dir gleich nur schreiben. Jäu, wenn du schon mal verabschiedst, wenn du schon mal wieder zum Beispiel besuchen kelles Austrian. Der Khôngbläck-Kammer muss ja sein, ist ja noch mal wie du schon mal studiert. Beide nicht nur den ersten Tag, der Mitglied nicht immer wieder Centre, Dass du schon mal rät und nicht so schnell wie du da bist. All diese Zeit hier in Rennen mit auf die Nadel im Handeln. Und dann, die ist ja noch mal wieder epidemi-und-und-und-und-und-und-und und jetzt hier. Ich bin natürlich schon mal auf die Zähne. Untertitelung des ZDF, 2020